Ja, okay, die ist glaube ich ein klein bisschen durch. Ich kann einfach sehen, wenn sie nicht gegen Amadellos kämpfen. Ich möchte auch gerne die perfekte Kugel sehen. Bestimmt voll so eine fette Plumse. So, was ist das denn hier eigentlich? Ein Aktions? Let's go. Siree, was passiert mit deinem normalen Archeologie-Fever? Ich bin ziemlich sicher, dass es all sorts of Dinge zu recherchieren, um in diesem Schrein. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht interessiert. Aber es gibt Menschen, die jetzt gerade sterben, weil sie eine Brücke verlieren. Ich werde mit dem. Es gibt viele andere Zeiten, um zu erforschen. Ich bin froh. Ich fühle mich, dass ich dich nicht verletzt habe, diese ganze Zeit. Ich bin froh. Bitte, vergib mir. Keine Chance, um zu entschuldigen. Siree ist oft so prädiktabel. Sehr wahr. Ich predicte, dass wir später sprechen, Mikleo. Also kann ich den Schrein da jetzt nicht wirklich untersuchen. Na gut. Dann zieht es uns halt weiter den Berg rauf. Schon wieder diese blöden Harpien, die Markkener. Ich will lieber gegen die Amadellos kämpfen. Hey, da hinten ist eine Truhe. Und da ist eine Silbertruhe. Haben wir eigentlich einen Silbertruhenschluss? Ich kann ja mal gucken, hier. Kann man doch mal bestimmt, kann man doch mal, würdest du mal, okay. Oh, nein. Ich kann ja auch nicht mehr mit eintrücken. Oh, okay. Eigentlich wollte ich gerade mal eintrücken, gegen was die, was die Levelysium und sowas so. Irgendwie habe ich nicht die erlauben. Wir gehen gegen die Harpien und kriegen kaum eine Chance. Oh Gott, verdammt. Purification, komm. Da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin, oder? Kann das sein? Nö. Ich habe das Gefühl, dass wir für diese ganzen Steine, die wir auch schon im Wald anfangs gefunden haben, diesen Erzerafen brauchen. Einfach nur, weil der Steine weg zaubern kann. Ich weiß nicht. Dann müssten wir ja eigentlich auch nochmal mit Mikaleo zu dem einen Wasserfall, weil der kann bestimmt machen, dass der Wasserfall weggeht. Das Gefühl, dass Wasser nämlich, wird das Feuer besser gesagt. Ah, da haben wir es ja. Schwäche, Wasser. Genau. Widerstand gegen Wind. Hat er mir das noch hin nicht angezeigt. Wenn er nicht mehr ist, wenn Leila jetzt nicht dabei ist am Kampf, kriege sie trotzdem die Erfahrung von sich. Die Harpien sind echt nervig, weil die fliegen können. Alles, was fliegen kann, ist nervig. Ich muss mal wieder hier und jetzt gehen. Oh, jetzt hat er sich wieder vorgeheilt. Manche Mannschaften, muss ich sagen, habe ich echt Probleme. Ich möchte den gerne wechseln. Mal ist das vier, mal ist das zwei. Entscheidet euch doch mal. Was ist denn das hier, ey? Also, irgendwie ganz komisch. Mal ist das die drei Megaleo und mal ist das die vier Megaleo, dann ist eins Megaleo. Ich weiß nicht. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich meine eigeneGforte vom Brust und schéma. Ich beseleisch. Ich bin einmals wird. Ich bin ein bisschen dicht. Du kannst so viel wie du willst, wenn du dich nicht gut fühlst. Ich habe gerade einen Monolith geschrieben in der Angelegenheit. Wenn Mikleo oder Lila jetzt K.O. ist, kann ich sie trotzdem wechseln. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir wirklich auf einen Drachen treffen. Ich fühle mich irgendwie noch nicht bereit für einen Drachen. Ich weiß nicht, wie der Kampf ist, aber irgendwie... Ich kann das jetzt wechseln. Wenn es in der Krieg geht. Ich mache mich dann so viel Damage, wenn Mikleo Wasser ist und Ramadillo ist gegen Feuer. So, das war mit Mikleo. Ich will auch mal den Todesstoß wieder setzen. Ah, ein Speicherpunkt. Da können wir, glaube ich, speichern. An dem Punkt. Speicher, Speicher. Huch. Wie ist das immer? So. Hat sich eigentlich hier jetzt schon irgendwas... Achso, so kann ich denn zu den Speicherpunkten reisen. Alles klar. Was ich ja ganz gut finde. Okay. Rechts ist ne Höhle, links ist nix. Da ist ne Höhle. Eine große Höhle. Was ist das? Ist das der Domain? Es kann nicht sein. Ist das der Domain? Ist das der Domain? Du sagst, dass Malevolanz ein Domain so weit entfernen könnte? Wir müssen uns weg. Die stärkste Entität in der Domain entscheidet seine Form. Es hat nichts zu tun mit richtig oder falsch, oder Malevolanz. Aber... Es ist nur so wie mit Gramps. Der Herr von dieser Land muss unsere Intrusion entdeckt haben. Wirklich? Ein Magentärer des Destrücken. Ein Dragen. Ein Dragen. Ja, das ist schlecht. Wirklich? Es ist nur mein Dank. Ich war mir aus meinen eigenen Erinnerungen und nur erwähnt, dass jeder Tau von Dragen ohne Falsch war. Schöne, Alter. Wirklich? Du sagst, dass dieser Dragen eine Rätschung an der Mauten ist? Nein. Es kann nicht sein. Du bist Edna? Oh, Edna! Ich kann nicht glauben! Du bist ein Dragen! Nein. Mal wieder. Huh? Es sind zwei Ednas? Ihr Conclusion ist peculier. Bruder! Du musst du aufhören. Bruder? Du bist ein Dragen? Ja. Ich würde auch sagen, du musst noch ein bisschen beeilen. Ich soll mich doch beeilen! Was ist denn das jetzt? Ich will nicht gegen den Kämpfen! Lauf weg und jetzt müssen wir zu dem hinlaufen, oder was? Das ist eine super Idee, ey. Ich würde gerne... Ich würde gerne weglaufen. Warum darf ich nicht weglaufen? Warum zur Hölle darf ich nicht weglaufen? Ja, ich darf nicht weglaufen. Das gibt's ja gar nicht. Ich will nicht gegen den Kämpfen. Ich werde mich verarschen, Alter. Was meint ihr denn jetzt von mir? Achso, ich seh schon. Ich seh schon. Ich glaub da... Was zur Hölle soll ich tun? Was habt ihr denn für Wünsche? Ich möchte ja gerne weglaufen. Für den Kampf bereit, Alter. Ich versteh's jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich tun muss. Wenn ich das mal so sagen darf. Der sagt mir, ich soll weglaufen, weil ich gegen dieses Vieh hier überhaupt keine Chance hab. Ja, ich würde gerne. Ich darf nicht rennen. Ich würde gerne wegrennen. Ich versteh jetzt nicht ganz, was meine Aufgabe ist, ehrlich. Ach, warte mal. Ah, Flucht in der und der Sekundenfahrer. Ah. Ah. Ich werde dich konsumieren. Au. Alter, ey. Was, was für... Was ist das? Skiddle, die Skiddle, die Skiddle, die Skiddle, die Skiddle, die Skiddle. So. So. Egal ob mit Leo jetzt stirbt oder nicht. Das ist ne Pumpe. So. So. Können wir jetzt endlich wegrennen? Alter. Oh, das ist nehm. Ist das eine Schule, die du zu tun, um so dumm, zu tun zu tun? Huh? Du brahst- du dich für ein Dragon Slayer? Ist das genau das? Edna! I thought you really had become a dragon! Thank goodness! Well, you haven't changed. People would respect you more if you actually worked on your personality. Actually, we came here looking for you. And so you marched into a dragon's territory? You guys really did go to Dumb Dumb Academy. Why you? I'm sorry. Danke. Danke, morons. And besides, I can't leave my brother as he is right now. That dragon, he's your brother? Yes, that's correct. That is Aizen. He's the only family I have. But... Edna, was it? It's too dangerous for you to stay here. That's right. What do you even plan on doing? Well, I... Um... I thought there had to be some way to cure his condition, but I haven't found anything. Well, there we go. I bet I can quell him. Seriously? Once the Seraph has become a dragon, even the Flames of Purification cannot salvage them. Are you saying... there's no way to save her brother? The only option I know of is to kill him. If we even can, that is. Besides, death is a kind of salvation. For some. I don't want to admit it, but... Either way, it's dangerous to be here. I won't ask you to help us after all. But you should get far away from here. I agree. I agree. This is none of your business. Look, Edna. Leave me alone. I guess her cooperation won't come so easily. We'll find some other way. The more important thing is... We can't leave her here like this. True enough. Well, then I guess we better go after her. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Edna! What's this? Did you bury them? Yeah. It was the least I could have done. Huh. Edna. Enough. I don't care how dangerous it is. I'm not going anywhere. Fine. Then let's go together. And find some way to save Aizen. Didn't I tell you already? There is no way. I'm not so sure about that. Hmm? The Seraphim, the Shepard, the Shepard, the Shepard, the Shepard, the Shepard, the Shepard, the Shepard. The Shepard, 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 the Shepard. And there he goes again. Not now. You're asking me to believe that? Yes. Can you give us a chance? Ja. Ich glaube nicht, dass ich... Saree nie hat nie in der Faschung. Okay, Lyla, ich mich dein Sublord. Warte ein Moment. Ich habe nicht gesagt, dass du... Du bist derjenige, die mich gezwungen hat, nicht wahr? Ja, aber trotzdem... Und in jedem Fall, wenn ich hier rausgekommen muss, muss ich in ein neues Vessel werden. Wenn nicht, werde ich durch die Malevolenz corruptiert. Oder hast du das gedacht? Also... Academy Valedictorian, das eine. Komm schon, Lyla. Du bist wirklich okay mit dem? Du hast nur gesagt, wie viel du liebst. Ich liebe Menschen. Aber ich denke, das eine ist ziemlich okay. Danke, Edna. Promise mich etwas. Ich sage dir etwas. Promise mich, dass wir einen Weg finden, um zu retten Eizen zu retten. Together. Ich sage dir nichts. Ich habe eine gute Sache. Ich sage dir nichts. Ich sage dir nichts. Ich sage dir einmal. Lege mich zusammen. Sie sind so lange aus, die sich wiederholfen. Untertitelung des ZDF, 2020